Das bin ich. Ich bin Eva. Unsere Gruppe hat gestern 47 Kuchen verkauft. Jeanne de la Tourette wäre stolz auf uns. Kuchenfatze! Hey, Tourette sind rum. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe ja mal ein paar Jahre Medizin studiert. Gescheitert! Du darfst übrigens ruhig lachen. Es sind nur Ticks. Okay, danke. Hallo, Papa. Hallo, Eva. Auch schlecht. Bei mir darfst du alles kaputt machen. Alles. Hier bin ich zu Hause. Hallo, Eva. Guten Morgen. Schönen Tag noch. Hier bin ich sicher. Also jetzt erzähl, was ist los? Ich habe einen neuen Job. Wir ziehen um. Nach Berlin. Berlin? Ständig neue Leute. Immer wieder alles von vorne erklären. Ich habe Angst, Oma. Niemals. Ach Mädchen. Von alleine passiert gar nichts. Mach was. Ich wollte wissen, ob diese freie Stelle noch zu haben ist. Die andere Bewerberin ist auch schon behindert, leider ganz. Also überall ist sie praktisch tot. Leck mich doch. Oma, du kann nicht bei dir wohnen. Hier ist kein Platz für dich, mein Kleines. Du hast drei leere Zimmer. Jetzt verabschieden wir uns alle mal gemeinsam von der Wohnung. Oh Mann. Das war die Idee. Nachmacher. Alle die Noten. Jetzt vielleicht noch etwas, wo man deine Behinderung noch besser sieht. Toll. Ja, genau so. Du bist geliehen. Und wie heißt er? Das weiß ich noch nicht. Wie heißt du Ficker denn? Ich glaube, das passt nicht.